Hallo liebe Sketch History Fans, Carsten Strauch hier und ab dem 20.09. starten die neuen Folgen Sketch History im ZDF, jeweils um 23 Uhr nach der Heute-Show, also jetzt schon ab kommendem Freitag. Und da dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn ich parallel zur Ausstrahlung der Folgen im ZDF hier auf dem Kanal einen Livestream anbiete und wir schauen uns die Folgen einfach gemeinsam an. Also ihr schaut bei euch auf dem Empfangsgerät, habt parallel dazu den Stream laufen, wir schauen hier und quatschen euch dann immer in die Sendung rein, so wie man es mag. Mit dabei jeweils Kollegen aus dem Team und dem Ensemble, jetzt zur ersten Folge Erik Hafner, einer der Regisseure von Sketch History, sowie auch Autor. Also ihr seht schon die geballte Kompetenz, was Sketch History betrifft. Außerdem mein lieber Kollege aus dem Ensemble, Paul Sedlmayr. Wir erzählen euch was zu dem, was ihr da gerade seht und ihr könnt euch natürlich auch beteiligen im Chat und uns zum Beispiel Fragen stellen. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare unter diesem Video. Wir sammeln schon mal und arbeiten das dann am Freitag ab. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Am besten ihr abonniert und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr vorher nochmal eine Benachrichtigung. Oder ihr geht schon direkt auf den geplanten Stream und lasst euch da erinnern. Den Link dazu findet ihr hier oben. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin. Ciao.